So, ich mache hier mal einen kleinen Rundgang durchs Venue. Hier sind die Bootslagerplätze. Und direkt daneben die Nationenzelte. Danach geht es dann weiter mit der Athletes Lounge. Und da vorne unserer kleinen Mensa hier an der Strecke. Ja, hier ist die Mensa. Daneben die Umkleiden. Hier die Toiletten. Der Eingangsbereich. Dann kommt man hier über die Brücke an die Strecke. Da hinten ist die Strecke und hier ist ein kleiner Kanal zum Warmfahren. Hier sind so Düsen im Wasser, was wir auch hier auf dem Warmfahrkanal Strömung haben. Da geht es einmal im Kreis herum und da hinten aufs Förderband. Und das ist dann die Olympiastrecke, auf der wir unsere Wettkämpfe fahren. Da vorne ist ein kleiner Имmerich. Da vorne ist ein kleiner Rapat. Da vorne ist der Schoug. Untertitelung des ZDF, 2020